die leute hier ist es wichtig ist Prozent der Koppel Prozent der Fertigste Läpfer der zwei Wettbewerb bei No Mercy im dritten Level die also hier ist die die Haltzernsoff Pitches und gleich mal Kopf auf den Rest nicht alles was soll alter sagt der drauf gehen soll Köln abfahrt es war nicht auf die Jugend Prozent Kiegel ich bin bloß schade dass wir davor schon warum schade weil sie uns da nichts bringt gerade wenn medikiert irgendwie besser aber danke dass du nicht gehalten die hand geschehen buch wer ist zu warum jetzt nicht wo weil mich gehalten was hat es mit wo zu tun und wer ist wo was ist die neue Seite ist auch der Lebe neuer der andere starten sich weiter ist noch was da konnten medikisten sein also okay ich stelle mich nur schon hier drauf und kann hier ich glaube hier so ein bisschen aber Gott sei zornig war da wenn ich den haben wir bergten verteilt ich suchte nicht Prozent ach ja noch ein Börgert okay kann sich der Kretschmerzen ich muss gar nicht probieren was hab ich dir gemacht ich wollte aktivieren deswegen stand ich doch schon hier im Mondo sorry gesagt ach genau hier müssen wir laufen ich komme unendlich viele ich müsste wieder auf Nick und wo er nicht um die Kretschmerzen hier ist und habe ich glaube da müssen ich unter sicher ganz sicher an den Schmerzbettel ich habe noch war er bin ich voll die Kotze ich bin neben die Achtung das ist das ist also ich bin ein bisschen abgeraden na Power Frauen White Power okay das ist mir aber auch eh mal gefragt aber ich hab's ausgesprochen ja ich wollte es ist jetzt unbedingt das wieso denn es doch voll gar nicht irgendwie so klaren bezogen der sich jahres hat nicht die gesagt dass es kreis heißt ja schön jetzt hat jetzt ist der Film extremen das ist ach ja stimmt da kommen hier irgendwo lang da unten kann man rein aber ich glaube es geht ich habe es sollten so erhalten heilen so soll er deine Schmerzmittel ich habe Art und Jahren nämlich Schmerzmittel gibt es die Saison Okie Luiz hat sie Bob Baller und ist für mich bald mal heilen ich bin runtergegangen springen auf und mich in die Zollung in der Tat so macht man das übrigens der Teile und Webseite kommt mir eigentlich vor wie ein Left Verletzt loshalten mit besten Grafik und so weiter und mehr auf dem Ohr und mehr auf Nahkampf fokussiert ja Anta oder und auf Elektrizität man kann eigentlich alles nützt Elektro Zeugs besprühen ich habe gerade gestoppt du alle alle auch die Kälte das die Kälte Katana mein Molly hier was drin auch nichts ist nur so ein ich bin schieft die Kräger ich hab sie ich bin ich will trieb dich ob er macht immer zu die ist bei sich der Markt das Bein sieht an sich aus das Bein von dem ich habe mich auf jeden Fall wohin gehst du zurück weil ich aus dem Rausrauch wollte genau aus dem Rausrauch aus dem Rausrauch aus dem Rausrauch aus dem Nein ich habe mich doch schon korrigiert und das habe ich mit Absicht gesagt aber ich habe kein gutes Gefühl die Geräusche im Spiel zu düster ja Anta und das ist zerfleddert da Zombie Switch hat wo hier da das ist ein Tank warte was war Warte ich möchte ich möchte sehen ich glaube dass ich es hört sich aber verdammt an als wäre da noch ein Tank bleibt mal wenn wir den Tod haben bleibt mir hier und stell das ist ja bin ich gut nein das war es dann der Devise die können wir ein bisschen warten kurz nein können wir nicht stimmt was recht Rennen 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 Prozent 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 Schießt auch nach hinten geht nicht ich muss laufen ich rede Schausol das war irgendwie schlecht dass wir den Gang getötet die noch einfach was hast du denn sie darauf muss er immer achten auf dieses komische harten es war kein Atmen das Vergrunzen oder so Prozent Prozent vielleicht ja ich weiß sind sie schon überall war dabei gruselig Gruppenduschen es ist manchmal voll schlimm wenn auf einmal um die übrigens der Tank stand hier ich bin hier so um die Ecke gegangen und das hat ihn gesehen ne ja und dann hat auch die Mucke angefangen ich sagte doch erst ein Tank ja das habe ich aber auch rausgehört weil ein Hunter ist nicht so tief oh boom ha boom and it all goes boom oh wir müssen in die Kanackenlisation und nein das war nicht rassistisch gegenüber das werde ich nicht zensieren weil das ist da ich erkläre gerade das war voll das geile Geräusch ich erkläre gerade wieso das ist mir das mit der Fäcke genommen jetzt mediziert Mainz ok brauchst du auch gleich der Arm ich erkläre ich wollte gerade erklären wieso das Wort Kanake nicht zensiert werden muss denn es ist ja eigentlich nur ein Wort für Mensch genauso wie um um kann nach dieser Inselbewohner 19 doch ja genau so wie das ha ne 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 mesmo ne ne íem ne roch was sagen nur ein FleischAtt們 fs es gibt vielleicht muss heißt Rohfleischfresser oder so ein Fleischfresser aber sie essen kein Fleiß das ist schon aber so hat nicht darauf reduziert werden die ersten Kürzleif hier oben war doch was dann kann ich mir noch daran erinnern erst mal Moni Bumö hier ging es durch nicht, aber hier war ein Raum wenn es Spalte war genau da ging es durch und da ist Moni ja hier lag auch eben Moni ach, diese Moni hab's dir genommen hey, die is this bone ich stell die hier in den Miniraum, ok in den Raum mit der vier zu engen Tür, find ich schade, ich dachte, ich könnte die Moni so in die Wand glitschen was hätte uns das gebraucht stimmt die Tür ist wirklich schön sein ja ich weiß wo dann gehen wir links auch richtig rechts ach ne, da ging es nicht hoch aha, ich geh links in den Raum nehmen wir Moni wow, was war das? ich hab nur die Zunge, also hier ist irgendwo ein Smoker ja ich hab nur die Zunge so gleich hier links kann sein, dass er auf mich geshootet hat ich höre eine Witch da ist sie warte wollen wir auf sie schießen? wir haben Brandmoney warte hier keine Granate werfen, das bringt es nicht doch, irgendwie schon oh, perfekt und dann auf sie cheaten, ne? cheaten ich cheate auf sie wow oh, das war wirklich knapp, ich bin schon weggegangen ich bin zu Glück da geliehen ja, du steht aber gerade am Feuer ja, aber ich brenne dich weil man dadurch nicht brennt also ich hab gerade gebrannt, vielleicht hast du mich auch einfach angeknallt ja, hab ich auch mal so geknallt Granaterfahr aber ne, du bringst nichts, das bringt es nicht und für mich bringt es hier nichts ja vor allem, wenn du bist nicht vorsichtig mit dem was, vorsichtig sein? alter ja, komm es hat hier vier Damage gemacht ein wow oh da sind Zombies Zombies jetzt auch auf Grund D da keine Anspielung an Zombies ich habe auch gesagt Zombies ich weiß da schreit drauf ja, ich bin ja schön, dass man mit der Diegel immer noch schneller ist man sollte standardmäßig die Messer haben irgendwie dritten Waffenslot ja, und dann kann man auch die Messeranimation von Battle 4 3 Klauen nein, hier rechts geht's durch kann man den Doctags abziehen nein, nicht durch, ich glaub das, nein, die Zombie-Tags es ist echt es hat uns aber zur Lösung gebracht wir sind ja eben schon dran vorbeigelaufen oh, hier den Arsch oh ja, da steht's doch drauf oh, warte oh, fuck rombe, 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 rombe rombe hinter dir würde ich gerne, aber ich muss Boomer-Kotze gleich aufheben ich hab dir echt geil geworfen, ne? ja, wirklich überwältigend vor allem, weil hier noch mehr als Hälfte der Zombie sind oh Gott, der Zombie wird getötet von den anderen Zombies also nicht auf den Pinkens schießen, der wird vielleicht getötet oder auch nicht, okay ich schieße jetzt auf die, die links kommt da kommt oh ja, die werden aber alle zu der Kotze hingesand, deswegen hab ich doch geschmissen Autosniper mehr Kotze wo Autosniper das ist keine Autosniper die hab ich doch, okay ja, weil hier lag so eine Jagdsniper ja, das war meine so, wieso hattest du noch eine Jagdsniper da lagen schon vorher ganz viele Autosniper ja, ich hab schon gesagt, hier ist ein Medi meine Medi allerdings, Luis jetzt kommt sowieso ein Medi-Kit hey, jetzt kommt ja sowieso ein C-Froom C-Froom so weil das bringt jetzt eh nichts, die aufzuheben doch dann können wir nochmal zurückgehen oh oh, warte da liegt Spüli 2 Minuten 20 oh, länger 2 das Krankenhaus was die Statistiken hier, Wengel oh, das Dachwort hart nö, wird's nicht doch nicht das hatten wir schon mal auf Ex-Perte ne doch aber nicht, als wir die Kampagne das erste Mal durchgespielt haben da hast du gleich ich nehme mal meine Acker ok, mach das doch stimmt, ich sag immer, dass hier Nick runtergestoßen wurde da gibt's ja gar keine oh, Mikrowelle oh, ja, daneben in der Spüle liegt Spüli was, deine Boomer kotze sagt grad echt aus wie Spüli ich dachte so, hä, du hast Spiele aufgenommen? ja Peter, das ist Spüli 63, 77, 104, 86, 109 Bitches 53.000 irgendwas Lies warum du immer zu schließen was ich an was ich, Vorleser hör das, äh willst du, dass ich das in der Schule mache einfach mal deine Bücher zerschießen ja, wir sind ja auch gerade in der Schule ich stehe nicht ich stehe nicht ich stehe nicht mit dem Krankenhaus das stimmt, ich hab mich gerade ja, weil ich hier stand Examen und ich hab mich ich denkst du, wie ausrede ich ausrede zieht äh jemand hat mein Buch zerschießt zerschießen zerschießt zerschießen boah, Junge Junge, guck mal, voll Hightech Hightech Junge Waffen nein, guck mal hier Behandlungsräume nein, hier, guck ich komme schnell, schnell, schnell Tommy eine neue sehr effiziente Waffe ich würde hier weggehen kommst du mal danke eine sehr effiziente Waffe die Wireless Mouse die auch in der Source Engine integriert ist sonst wäre sie hier nicht drin also animiert ist, meine ich wenn man auf sie schießt ach, du meinst als Körper für's ja hier rechts geht's noch rein noch nicht hochgehen geh noch nicht hoch ich bin schon oben hier gibt's zum Beispiel eine Pipe zwei Pipe Bombs ich hab nur Ding ins ich bleib auch bei der Boomer kurz ab ich bleib auch bei der Boomer